Hier ist 2680 Meter Höhe, unten im Tal. Das sind so Sommerresidenzen von den Leuten, die Sommer hier kommt. Sommer gibt hier, äh, Winter zwei Meter Schnee, ist überhaupt nicht fahrbar. Aber die Leute, die arm oder vermögen sind, machen dann hier so Sommerresidenzen und bleiben dann zwei, drei Monate, ja.